hallo liebe zuschauer heute habe ich für euch eine candy waschmaschine einen toplader den gucken wir uns mal genauer an hier haben wir die vier transportsicherungen die bitte vorher entfernen mit smart touch und so weiter und so fort 1400 umdrehungen acht kilo zuladung haben wir hier unten links im flusensieb so hier haben wir die möglichkeit das wasser zu entleeren wenn die maschine mal nicht abpumpen sollte oder ihr hört hier komische geräusche hier unten dann kann es sein dass irgendein zahnstocher eine münze irgendetwas am propeller verhakt und den verhindert dass er dreht dann pumpt er auch nicht mehr ab dann zieht er auch kein wasser und wäscht dann auch nicht mehr dementsprechend ja hier noch mal kontrollieren ich würde sowieso alle zwei monate mal den komplett aufmachen und den hier drin sauber machen dann machen wir mal die maschine auf waschmittelfach lässt sich sehr gut rausnehmen einfach hier drücken dann haben wir es in der hand so dann haben wir hier einmal vorwäsche hauptwäsche weisspüler fach hier ist schon ein bisschen das jetzt ist vielleicht zu viel feuchtigkeit drin schon ein bisschen hier sehe ich auch noch flecken ok gut es kann sein dass die maschine zu mir wo stand feuchtigkeit gezogen hat ja und hier so ähnliche schimmelspuren die maschine auf jeden fall nagelneu gerade erst ausgepackt so dann gucken wir uns mal an was hat uns geliefert einen normalen zulaufschlauch die abdeckung für die transportsicherung bedienungsanleitung hier haben wir noch mal ein paar daten energie klasse f ja und das sparprogramm dauert drei stunden 38 minuten und acht kilo zuladung 81 db eine vernünftige bedienungsanleitung in deutsch habe ich nicht gefunden es gibt nur sicherheitshinweise und ja aufstellhinweise aber richtige bedienungsanleitung habe ich leider nicht die muss mir jetzt mal raussuchen und selber mal ein bisschen gucken übrigens heißt die maschine candy cstg 482 dv e schrägstrich 1 binde strich s bevor wir mit den programmen beginnen noch ein paar praktische tipps von mir bitte beim sortieren der wäsche folgende punkte beachten ob metallische gegenstände aus der wäsche entfernt worden sind aus den taschen reißverschlüsse am besten schließen kissen auf links ziehen die clips von den vorhängen bitte entfernen und natürlich auch die waschanweisungen auf den schildchen in der kleidung lesen beim waschen von teppischen läufern oberbetten oder anderen schweren wäschestücken den schleudergang am besten gänzlich abstellen weil es zu schäden führen kann da es einfach zu viel oder zu schwer für das gerät wird ja und auch noch mal bitte gucken ob die kleidungsstücke beziehungsweise aus wolle auch mit der maschine gewaschen werden darf oder mit oder geeignetes für diesen programm dann ein paar tipps zum energiesparen am besten bitte die maximale kapazität der maschine ausnutzen jedes programm hat ja eine maximale beladung und das auch bitte ausnutzen also erst wenn sie es komplett haben wenn sie jetzt sieben kilo waschen dann bitte auch sieben kilo rein und nicht drei kilo ja und die effizientesten programme sind auch wenn es manchen kunden schwer fällt zu glauben sind für gewöhnlich die längeren programme die mit niedriger temperatur waschen ja ist so und je höher die drehzahl desto weniger ist die restliche feuchtigkeit der wäsche wird zwar mal ein bisschen lauter beim schleudern aber dafür habt ihr weniger feuchtigkeit zum schluss in der wäsche ja und natürlich ist es auch so bitte wenn es geht so spannend dass ich auch energie und wasser die waschmaschine wenn es wirklich immer richtig voll machen ja im gegensatz zu 50 prozent der ladung sparen auch sie hier bei voller beladung viel energie und auch natürlich dementsprechend kohle und bitte auch die vorwäsche nur benutzen wenn sie auch wirklich notwendig ist ja auch eine war also heißwäsche warm oder heißwäsche ja bei 90 grad zum beispiel da lieber die wäsche mit flecken oder flecken entferner vorbehandeln oder einweichen vorher dann braucht man nicht auch zwingend die 90 grad oder die 60 grad dann reicht noch manchmal sehr oft 40 grad oder sogar kaltwäsche hier haben wir den programm wahlschalter so weit ein programm gewählt wird geht der an hier geht er wieder auf aus hier haben wir die optionstaste die zeitvorwahl taste dann haben wir hier die schnell bzw kurz programm taste dann haben wir hier auch noch mal optionell die den verschmutzungsgrad taste temperaturwahl taste steuer drehzahl taste startpause und für die kindersicherung müsstet ihr die temperatur und steuer drehzahl das einfach für drei sekunden gedrückt halten das zeige ich euch noch mal gleich anhand des beispiels ich schalte das gerät auch gleich an wenn das gerät an ist ihr habt programm gewählt könnt ihr die kinder sicherungs taste aktivieren indem ihr die temperatur und die schleuderdrehzahl taste einfach für drei sekunden gedrückt hält dann erscheint hier das schlüsselsymbol und dann ist die verregelt das heißt die bedienung lässt sich dann auch nicht hier verstellen was ihr noch machen könnt ist das gerät komplett ausschalten kommen wir mal zu den optionstasten ihr habt ihr die möglichkeit mit der option taste extra spülen auszuwählen mit dieser option könnt ihr am ende des waschgangs noch ein weiteres mal spülen dann haben wir hier die hygiene plus taste mit dieser funktion könnt ihr diese funktion könnt ihr aktivieren wenn ihr als waschtemperatur 60 grad eingestellt habt mit dieser option wird während des gesamten waschgangs eure kleidung mit konstanter temperatur gewaschen dann habt ihr die möglichkeit leicht bügeln durch das zuwählen dieser option lässt sich die knitterbildung durch weglassen der zwischen schleudergänge beziehungsweise durchführung des end schleuderns bei reduzierter steuer der drehzahl weitestgehend reduzieren sobald wir ein programm wählen habt ihr hier die restlauf anzeige beziehungsweise sobald ein waschprogramm ausgewählt wurde wird automatisch die standard programmlaufzeit im display angezeigt nachdem das programm gestartet wurde wird die programmlaufzeit nach einigen den jeweiligen programmbedingungen angepasst die mengenautomatik berechnet die programmlaufzeit anhand diverser parameter wie wasserdruck härte einlauftemperatur raumtemperatur wäsche art und menge das erste programm smart touch dieses gerät ist mit smart touch technologie ausgestattet damit könnt ihr mit eurem smartphone die mit android arbeiten und nfc also near field communication über die app darauf direkt zugreifen dazu ladet euch die candy simplify app auf euer smartphone aber das möchte ich jetzt euch nicht vorführen das könnt ihr in einer ruhe selber dann machen wenn gewünscht haben wir hier das programm baumwolle zuladung bis 8 kilo möglich und maximal wählbar sind hier 90 grad bis kalt dann haben wir hier einmal baumwolle plus vorwäsche da seht ihr auch drei stunden und vier minuten dauert das ganze ja und ob ob es hier ein kurzprogramm gibt einfach probieren drücken ja hier gibt es möglichkeit das ganze zu verkürzen auf eine stunde und 51 minuten auch hier die maximale zuladung 8 kilo wie auch die maschine kann so dann haben wir hier eco 40 bis 60 auch zuladung bis 8 kilo möglich also die maximale zuladung bei 60 grad und auch hier könnt ihr sagen nee möchte gerne runter reduzieren auf 20 auf kalt oder auf 60 lassen das ist natürlich das sparprogramm dann haben wir hier auch noch mal ein sparprogramm bei 20 grad hier könnt ihr auch die zuladung bis 8 kilo ausnutzen dauert zwei stunden und eine minute und hier könnte man hier die lässt die temperatur natürlich nicht ändern aber zwei stunden 39 eine stunde 26 also auch hier können wir das kurzprogramm zu wählen dann haben wir hier einmal ein programm mischwäsche hier bitte beachten maximale zuladung 4 kilo bei 60 grad dann haben wir hier ein programm das hier das ist nur spülen dann haben wir hier das nächste programm abpumpen und schleudern dauert insgesamt zehn minuten dann ein jeans programm maximale zuladung 3 kilo bei 40 grad wie gesagt hier könnt ihr auch probieren die schleuderdrehzahlen ohne schleudern beziehungsweise auf 1400 umdrehungen bei jeans empfiehlt sich dann doch natürlich eher ein bisschen weniger sonst knittern die zu doll das ist ein hygieneprogramm mit maximaler zuladung bis 5,5 kilo bei 60 grad dann haben wir hier wolle handwäsche programm ja die geht 49 minuten da bitte maximal zwei kilo bei 30 grad dann haben wir hier einmal war feinwäsche auch maximale zuladung 2,5 kilo bei 30 grad 40 grad dann gibt es hier ein programm mischwäsche und buntwäsche die dauert 59 minuten maximale zuladung 8 kilo dann haben wir hier ein kurzprogramm 14 minuten und mit der taste könnt ihr die auch 30 bzw 44 minuten verlängern ansonsten wenn ihr nur dieses programm wählt sind das insgesamt 14 minuten bei 30 grad und 800 umdrehungen hier könnt ihr sagen möchte aber gerne dass er mit 1400 umdrehungen schleudert und dass er nicht mit 30 grad sondern mit 40 grad recht dann kann es natürlich sein dass dann die zeit sich verlängert aber hier bleibt ihr bei den 14 minuten ohne schleudern sind sogar nur fünf minuten so dann gibt es hier noch ein programm baumwolle perfekt 59 minuten auch hier die maximale zuladung 4 kilo bei 40 grad und 800 umdrehungen das programm baumwolle perfekt garantiert für perfekt saubere baumwollwäsche die option wurde speziell für eine verkürzte waschdauermittel stark verschmutzter baumwollwäsche bei mittlerer temperatur entwickelt für bessere resultate wird eine halbe waschladung empfohlen für jemand der eine günstige waschmaschine braucht vor allem wegen einem toplader mit 40 cm breite mit einer restseite anzeige mit etlichen programm und auch smart touch smart control also über ein handy benutzen möchte dann ist das gerät eigentlich ideal wie gesagt ein toplader mit acht kilo zuladung und bis zu 8 kilo zuladung und 1400 umdrehungen ist auch eine ganze menge ist schon der oberste bereich maximaler bereich mehr als 8 kilo bei einem toplader zumindest hier in deutschland habe ich nicht gesehen ansonsten nur das wärs von mir über dieses gerät für heute ich hoffe ich konnte das gerät euch ein bisschen näher bringen wenn euch das video gefallen hat bitte ich ein like dafür und wenn ihr unsere videos nicht mehr verpassen wollt gerne auch ein abo für unseren kanal macht's gut bleibt gesund ich hoffe wir sehen uns beim nächsten mal